Willkommen zurück zum Let's Play Still Life 2. Ich bin momentan allein daheim, weil es etwas in Richtung Abend gegangen ist. Bei mir habe ich deswegen die Schlafzimmertür offen, so dass man vielleicht den Fernseher hören könnte, hin und wieder. Mir ist aufgefallen, beziehungsweise eingefallen, das letzte Mal haben wir uns ja hier im Haus rumgesehen und brauchten ja sowas wie eine Taschenlampe und alles, aber da waren ja die Streichhäuser, genau. Voll vergessen. Ich habe keine andere Wahl. Ach so, weil sie ja Feuer nicht mag. Ich weiß auch nicht, warum sie Feuer nicht mag. Beim Safe möchte ich nochmal gucken. Ein kleiner Metal-Lear-Safe mit elektronischem Schloss. Modell LK. Ja, das hat sie ja schon gesagt. Ich glaube, es befinden sich Spuren auf den Tasten des elektronischen Schlosses. Ich dachte, ich könnte schon so herumdrücken. Okay. Das da? Die restlichen Abdrücke sind wertlos. Verdammt. Okay. Eins, vier. Warum hat er das Zeichen verwendet? Sechs, neun. Und das A. Also, nicht viel. Eins, zwei, drei, sieben Sachen wurden betätigt. Aber warum das da? Verschlossen. Naja. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch gesagt, was es sein könnte. Dann gehe ich jetzt mal in den Keller. Jetzt kann ich das ja anmachen. Ich habe ja schon Öl drin. Ich kann das jetzt mit den Streichhölzern anzünden. Die Treppen an der Seite wollte sie irgendwie nicht runtergehen. Vielleicht geht es ja jetzt. Vielleicht habe ich nicht richtig geklickt. Na bitte. Die Lampe brennt. Noch ein Streichhölz und ich hätte die Nerven verloren. Gucke ich mir das mal an. Für diesen Kasten braucht man einen elektronischen Schlüssel. Ich sollte Gareth fragen. Er ist in solchen Dingen besser. Okay. Dafür braucht man also einen elektronischen Schlüssel. Ich will gar nicht wissen, was dahinter ist. Aber jetzt geht... Ja, doch. Die Treppen... ... ... ... ... ... ... ... Dieser Verrückte macht seinem Namen alle Ehre. Ich bin mir fast sicher, dass sich hinter dieser Tafel etwas befindet. Ja, dann tu die weg. Da befindet sich wirklich was dahinter. Da kann ich wieder was reintun. Warte mal, was ist hier eigentlich? Ein altes Kassenbuch. Scheint aus den Zwanzigern zu sein. Das ist alles hier sehr unheimlich, muss ich sagen. Ein Destilliergerät. Außer Betrieb. In diesem Keller wurde heimlich Schnaps gebrannt. Ja, früher wahrscheinlich. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr. Das ist ein Gestell für eine Kamera. Wieder? Wurden hier etwa auch... ...irgendwelche Frauen eingesperrt? Was haben wir hier? Regale mit Flaschen. Sieht aus, als ob sie leer wären. Hier werde ich wohl keine Elanbeine finden. Ach doch, bestimmt. Da ist nichts, was ich jetzt irgendwie angucken könnte. Was ist hier? Weil da unten liegt was. Unter dem Heizofen befinden sich verbrannte Überreste. Das ist keine Kohle. Ein kleines Stück Plastik. Ein Teil eines Namens ist noch erkennbar. Äh, Lee. Das muss der Rest einer Kreditkarte von Dorothy Lee sein. Dem achten Opfer. Okay, nehmen wir mit. Keine gute Idee. Wie, keine gute Idee? Was ist es nicht? Ja, komm. Ähm, das da. Das wird niemals funktionieren. Nein, auch nicht. Na, das sowieso nicht. Das kann nicht funktionieren. Sieht nach verbranntem Haar aus. Ah, okay. Sieht nach verbranntem Haar aus. Sieht nach verbranntem Haar aus. Kann ich jetzt... Ah, jetzt? Ah, jetzt kann ich es nicht. Analysieren. Ach, synthetische Haare von einer Perücke. Okay. Ähm, was haben wir noch? Ein Heizofen. Ein Heizofen? Sieht aus, als wäre er längere Zeit nicht benutzt worden. Muss ich bestimmt nicht benutzen. Und dann noch die Kreissäge. Na, super. Ist Blut dran. Eine Kreissäge? Hoffentlich wird sie nur für Holz verwendet. Naja, nicht wirklich. Da ist halt Blut dran, ne? Och, einen Hammer kann ich mitnehmen, aber ich habe nicht genug Platz. Aber ich habe ja hier eine Kiste. Was könnte ich davon weg tun? Nämlich tue ich das erstmal weg. Wie viel brauche ich für den Hammer? Acht Felder? Hätte doch hingepasst. Dass ich das nicht von alleine sortieren kann. So. Kann ich wieder doch alles mitnehmen. Mal gucken wir das mal an. Dieser Anstrich sieht sehr frisch aus. Was soll hier verborgen werden? Ähm. So. Ach so. Ja, jetzt gehen wir durch. Wo bin ich? Es ist, als wäre man in einer verlassenen Leichenhalle. Claire würde einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie den Zustand dieses Raumes sehen würde. Okay. Ja, die Tür, die führt ja zu nichts. Jetzt sind wir hier wieder drin, ne? Eine verbarrikadierte Tür. Brauchen wir uns da gar keinen Seil suchen. Ich kann sie mit bloßem Auge kaum erkennen. Warte, 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 warte. Da war was. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Du kannst mit bloßem Auge kaum erkennen, hat sie doch irgendwie gemeint. Eine verbarrikadierte Tür. Ich glaube, da sind Spuren an. Okay. Dann wahrscheinlich das da. Das Mikroskop zeigt winzige Farbspuren an der Wand. Die müssen analysiert werden. Natürlich. Immer doch. Ähm. Das? Das ist es nicht. Okay, nein. Äh. Ja, komm. Mach das weg. Dass sie mir so lange braucht, bis ich wieder reagieren kann. Doch, mit dem Tupfer. Okay. Spuren einer farbigen Substanz. Spuren einer farbigen Nagellachs von einem Opfer hinterlassen. Okay. Was hab ich hier? Dad? Oh oh. Das gefällt mir nicht. Der Killer hat eine Nachricht hinterlassen. Tot? Hm. Ich hoffe für ihn, dass er es nicht ist. Sieht nach einem Countdown aus. Er wurde ausgeschaltet. Ah, die Kameras hat er dann noch alle entfernen können. Irgendetwas stimmt mit dem Ärmel nicht. Er ist eingerissen und weist Verfärbungen auf. Das ist es nicht. Okay, ja, das ist es nicht. Bla, bla, bla. Keine gute Idee. Dann eben, warte. Das da? Wie ich vermutet habe, was hier zu sehen ist, das sind Blutflecken. Dann nehmen wir natürlich auch direkt eine Probe, um zu wissen, von wem überhaupt die Blutflecken sind. Menschliches Blut, Blutgruppe A positiv. Wenn ich Claire diese Blutprobe schicke, kann sie eine gründlichere Analyse durchführen. Männlich? Okay. Dann schick die mal. Wie schickst du die? Schick die. Los. Schick sie. Schick sie. Oder macht sie das automatisch? Das sieht nach Blutstropfen aus. Oder Tomatensaft. Aber irgendwie tendiere ich zur ersten Theorie. Schließlich, warum sollte der Tomatensaft sein? Das zweite... Ah, das zweite. Das zweite Blutspur. Mensch, B-positiv. Hoher Glucosespiegel. Blut ist der Opfer des Mörders. Joyce Dickinson. Das andere ist männlich. Was macht sie? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Warum habe ich jetzt plötzlich... Hä? Warum ist die Perspektive plötzlich so? Achso, weil ich... Ach, weil ich das... Ach, weil ich das Herauszum nicht hatte. Oh Gott, ich habe gerade voll Schiss gekriegt. Ich dachte, da wird gleich was passieren. Oh, er erschreckt mich doch nicht so. Kann ich die Türen öffnen? Verschlossen. Verschlossen. Ich habe die Codes noch. Test es einfach mal. Ja, die öffnen sich. 0, 2, 2, 2, 9. Und... Perspektive gefällt mir noch nicht. 0, 1, 1, 3. Aber eigentlich wissen wir ja, was drin ist. Aber naja. Das sieht sie ja jetzt auch gleich. Dieses Schild trägt meinen Namen. Okay. Ich habe es verstanden. Das war ja für Dings. Für, für diesen Hawker. Entschuldigung, Hawkers Name. Irgendetwas sagt mir, dass der Killer ihn nicht besonders mag. Nein, wirklich. Wer hätte das gedacht? Ich wäre nie drauf gekommen, dass der Killer ihn nicht mag. Hermann, das Name steht auf dem Schild. Solange es nur eine Attrappe ist. Okay, also hier gibt es nichts Neues. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Jetzt schießt die auch... Ah, die geht so rein. Okay. Hier ist noch nichts. Der wird auch hier nicht mehr sein. 100 pro nicht. Das finde ich immer noch komisch. Den Schrank kann ich nicht aufmachen. Aber ich kann die Tür wenigstens. Und erstmal wieder Waffe zücken. Man weiß ja nie. Oh, und der elektrische Stuhl ist weg. Oh, da steht was. Nein! Du solltest das doch nicht. Geh da so wieder rein. Solltest du dir das angucken, Mann. Eine Nachricht von unserem liebenswerten Schlechter. Eine einzige Chance. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dolores. Dolores Wilkins. Das erste Opfer des Killers. Ja. Welchen Aufnahmen? Welchen Aufnahmen? Stimmt, ich hatte noch so Dokumente gekriegt gehabt, ne? Ach, das ist erstmal das. Das gucke ich mir noch nicht an. James Hawk wird Akte. Tötete Agent James Hawk im Verlauf der Überwachung. Kalt durch Solvedge. Bla bla bla. Achso, sieht der James Hawker aus? Okay. Okay. Da ist Paloma Hernandez mit einem Live-Bericht aus Jackman, Maine. Agent McPherson. Haben Sie irgendwelche Hinweise? Kein Kommentar. Ja, das ist ja das, was wir schon kennen. Ein neues Opfer des Ostens. Die Ermittlungen laufen. Bla bla bla. Heute am 13. Der Fu... Wir wissen... Aber... Achso, dann war das eigentlich nur das, was wir eigentlich dann auch hatten. Ja. Okay. Trotzdem, was für ein elektrischer Stuhl. Dann noch Joyce. Die Türen kann ich eh nicht öffnen, oder? Ich gucke mal, ob ich die Türen öffnen kann. Lässt sich nicht öffnen. Ja, dann lassen sich die anderen 100 Pro auch nicht öffnen. Dann bräuch ich das gar nicht versuchen. Olivia. Olivia Wong. Das letzte Opfer 2006. Ja, sind also wirklich alles Opfer, wie ich mir gedacht hatte. Dora. Wahrscheinlich Dora Simon, das vierte Opfer. Ich hab's halt nur nicht so mit Namen, wenn ich die einmal gehört hab. Ich kann nichts sehen. Achso, muss ich das Licht wieder anschalten? Dann mach das mal. Bevor du in den letzten Raum reingehst. Ein Hebel. Vielleicht finde ich auf ihm Fingerabdrücke. Ja, wenn dann nur von Fernandes. Äh, Hernandes. Warum sag ich immer Fernandes? Fernandes hätte auch viel besser gepasst. Ganz einfach. Nee, Hubsa. Vielleicht hat das da. Ja, und der ist halt, ja, von Fernandes halt, ne? Weil wir wissen ja, wir haben die ja dort anfassen lassen. Hernandes. Hab ich Hernandes oder wie der Fernandes gesagt? Naja. In den letzten Raum gehen wir aber dann im nächsten Part erst. Bis dahin. Tschüss. Eure Tai. Eure Tai. Bis dahin.